Es gibt zum guter Letzt noch eine Compliance-Regelung, weil die wird ja heute auch immer wieder angezogen. Die Vergangenheit zeigt diese Auswüchse bei manchen Unternehmen in erheblichen wirtschaftlichen Folgen für alle Vertragspartner, Kunden, Lieferanten und Arbeitnehmer. Compliance ist die Forderung an leitende Personen, sich an Gesetze und ethische Grundsätze zu halten. Also ich sage immer bitte, in der nationalen Bereich sollte es ja Selbstverständlichkeit sein. Ich kann Ihnen aber sagen, es gibt schon eine Menge Schwierigkeiten. Unser Gesetzgeber macht sich das Leben auch manchmal einfach. Er lässt ein Gesetz, wo er bestimmte Regelungen trifft, von bestimmten Bereichen oder Bereiche. Und dann hat er aber völlig vernachlässigt, dass es andere Bereiche gibt, wo die genau das Gegenteil dann bewirken von dem, was sie haben wollten. Das wird aber nie mitüberlegt. Das wird nie mitüberlegt. Also ich habe das noch fast nie gehört. Außer im Privatrecht, dass man dort eine Regelung nimmt, dass man sich dann schon überlegt, was hat sie für Wirkungen auf andere Sachen. Aber wenn man heute zum Beispiel das Datenschutzgesetz erlässt, dann hat man mit dem Gleichbehandlungsgesetz sofort eine riesige Schwierigkeit. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht schildern, wo da viele Schwierigkeiten auftreten können. Aber Sie haben als Geschäftsführer dann das Problem mit der Compliance. Das heißt, Sie müssen dann den Grat auf das Messerschneide gehen, hoffentlich rutscht es nicht aus, und fallen runter und die Schneide schneidet sie mitten auseinander. Weil es wirklich auf dem Messerschneide dann gehen. Weil was Sie machen, ist unmöglich falsch. Also von der Seite gilt die Compliance-Regelung auch im nationalen Bereich ein Problem. Aber sie ist auch international ein Riesenproblem, weil durch verschiedene Rechtsordnungen entstehen Lücken, die zum Nachteil von Vertragspartnern und Finanzbehörden ausgenutzt werden. Das ist ja das Übliche heute. Die Compliance-Regelungen sollen dies jetzt verhindern. Und jetzt kritisch zum Beispiel der Sox-Server-Oxler-Akt und die Kreditvergaber-Richtlinien zum Beispiel Basel II. Die machen da erhebliche Probleme. Zum Beispiel der SOX, wenn sie mit den USA zu tun haben, dann müssen sie dort auch personenbezogene Daten dorthin abliefern. Jede Menge, was nach dem österreichischen Datenschutzgesetz alles verboten ist. Die verlangen das trotzdem alles. Also wie man damit umgeht, das muss dann die Geschäftsführung entscheiden. Ich würde sie nicht hergeben. Und die Compliance-Regelungen sind stark vom Einzelfall abhängig. Wir haben also in der Broschüre das nur angerissen, das Problem. Aber ich kann Ihnen wirklich keine Lösung anbieten, weil das hängt so sehr vom Einzelfall ab. Damit, ja, ich kann nur sagen, bitte, da gibt es manchmal ein paar Juristen, die sich in Dauer ein bisschen spezialisiert haben. Aber auch die, glaube ich, tun sich schwer, da eine Lösung zu finden. So, das wäre es einmal. Ich hoffe, ich habe Sie noch einigermaßen munter gehalten. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020